so leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge GTA 5 AP mal gucken was heute passieren wird ja ja ich brauche kurz keine Nervensägen hier hier Nerven oder was heute zusammen mit dem kleinen Baby wollen sie jemanden grüßen wollen sie sich ausziehen auf der Straße wollen sich reingehen dafür ist auch hier so kalt die Hose müsste eigentlich auch gehen dann wär's lustig hallo wir waren hier gerade ein schmuddelfilm hallo wir sind ja beim Fernsehen haben sie schon Druck für Kameramann also ich habe ein gutes Format wir nehmen einfach das Fake-Taxi ja wir suchen eine schöne Dame und bekommt 1000 Dollar von uns und er bekommt 500 Dollar von uns ja genau was kriege ich hallo ja Kameramann wird eh bezahlt so wissen sie ich bin kein Kameramann mit dem Mikrofonhalter Scheiße Säger Ui nackte Filme jetzt muss man schon dieses E-Mode machen mit ich habe ja schon mal den Film aufgenommen nein was war noch in ihrer Freizeit äh Fußball spielen ne ich dachte ich dachte jetzt ficken äh ich hab mal ne Fraga wieso warum Sport ähm äh ihr Bettsport ist auch eine äh Freizeitbeschäftigung ja ja ich weiß hab mal ne Fraga ja fixen sie auch unter der Bettdecker hab ich eine Gegenfrage oh ihr wichsen haben sie schon mal ins Auge gespritzt ja geil in der was kann man den in den Augen spritzen ne nicht spritzen spritzen achso na lecker der Verhochnabel ist auch was äh beliebt ist für das also ja da ist auch eine gute Sammelstelle ja wow ich hab schon mal auf meine Haare getroffen was ui das ist aber damals schön weit hochgespritzt haben sie schon mal ihre eigene Band angewächst ja ja hab ich schon haben sie es auch beschmiert ja ja hab ich auch schon gemacht hab ich noch so gerieben an der ganzen Band mhm lecker mhm hast du auch gleich abgeleckt weil ich auch grad frage ich hoffe kann wichsen und dann ablecken hallo schöne Schmutzsachen ja hast du hier abgedeckt ja ja Freunde mhm aus wollen sie was dazu sagen zum Fernsehen hier die beste die beste sind fünf Blowjobs von Abtis Mama Herr nackter Mann äh Entschuldigung ich will jetzt hier nicht reinbrechen aber ähm wird mich hier mal jemand den Pimmel blonen was ui da will jemand einen Blaujob will jemand einen blasen ja mich kann sie gerne machen nein das ist doch jedenfalls der Blasen oder Herr nackter Mann ähm der nackte Mann hier kann mir echt viel einblasen weil ich meine er ist ja schon nackt er verkauft ui jetzt kommen alle hierher ui ui Penis ich hab nen großen ui ui Penis waren auch so noch Zentimeter ja genau ja genau hallo nein wir sind beim Interview hier Fernsehen Schmuddelfilm drehen genau Penis oh man der Kameramann kündigt ui lecker ähm lieber Herr Abdi haben Sie doch was zu sagen ja hallo möchten Sie mit mir wer wixen ui ja ich wollte eigentlich nur ein YouTube Video werden aber jetzt ist es glaube ich ein bisschen was anderes ja ja irgendwas aus allem irgendwas gemischtes Wollen Sie doch mal zu sagen hier zu unserem Fernsehen Interview Freunde wenn es euch gefällt lasst auf jeden Fall schon mal ein Like und ein Abo da wenn wir weitere Folgen über Sex Thema reden sollen ui Ui Sex wie man schon noch Fifi abgespritzt hat wie oder ob man die Gurke selber hinten in den Aust schieben kann ui Gurke oder was auch immer Freunde ich dachte längs unser interview interview per mann reintraub an dieser stelle würde ich auch gerne einen sponsor begrüßen oder ich danke dir mal erst mal danke an dennergy dass sie dieses video sponsern nein du kommst nicht in die ach komm ich hab's dir eigentlich schon ach so ist der mediziner wollen sie was dazu sagen herr mr sie sind gerade mit im interview sie müssen die hände nicht hochnehmen mein name ist chopper chopper können sie mal lustige tätigkeiten aus ihrem berufsalltag erzählen eigentlich sind alle traurig na komm wir erzählen sie da ging so ein gericht rum dass das lsmd mit also die haben eine flampage auf dem dach stimmt das? nein natürlich nicht ich bitte sie hallo äh der herr aber hast du auch medizin oder? es wird ruhig durch oder? ihr braucht ja eine blutantage oder? haben wir aber nicht was denn mit der medizin es wurde ja seit neuestem legalisiert der herr also ist ja nichts illegales mehr verdammte scheiße man hat sie mich jetzt auf den kicker ich hab mal ne frage ja bitte wir machen ja gerade schmurdelfilme hier aufzeichnen und wie groß ist denn ihre ähm Gurke ja ja ne ihre Gurke was in der mitte ist dritte bein ja in ihrer hose also also ich würd mal sagen sie können es herausfinden männer das ihr verraten ist das jetzt äh ui schön nackig machen sehen sie sich doch gleich aus erstmal was sind sie für den landsmann der ich bin Kurde Kurde genau hallo äh bist du sehr gut meine ich natürlich ja auch schon mal für die kollege hä kollege schnürschluss herr medic sag ich das bei ihnen oder was? herr medic warum hab ich ja nicht rote augen haben sie zu viel gekippt oder? äh ja ich bin ehmast down herr medic find ich gut eine frage ja ähm na was wollte ich grad fragen ich hab die frage vergessen achso wissen sie wie ich bei youtube heiße der ist im interview der wat egal egal okay wir schauen ihm mal zu bei der arbeit ähm ja bitte ja warten warte jetzt holen sie können es jetzt holen herr kameramann halten sie drauf ja mach ich fix gerade drauf ui oh mein gott jetzt kann ich wieder laufen oh mein gott oh mein gott wen wen möchtest du grüßen? ähm ich grüße Apo Red den multimillionär oh ne ich fäng sie hol schon wieder an warte mal kurz ich kenn ein lied dafür warten sie kurz so der ähm können sie mir ein bisschen weed abgeben ich brauch nehm ich ein rezept dafür ich hab mein lied ich hab mein lied das heißt ich finde es nicht ich kann ein rezept schreiben oder? bitte wir können mir ein rezept schreiben das ist ja von der apothek ab und dann nein herr medic herr medic haben sie schon meinen kanal abonniert? bitte? haben sie meinen kanal abonniert bei youtube? uninteressant hey tschüss kommt ins fernsehen komm sie werden sie ein großer star ja gut ich glaub der medic möchte kein star werden ne hallo 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 sie stehen zur dreharbeiten hier na herr wie geht's ihnen? hallo sind sie noch anfreschbar? medic medic hab ich gefressen moin wo ist abdi hingegangen? den hab ich gefressen wie viel ist ihr autowetter? ähm ich hab's geclosed oh wow wie viel einkommen haben sie im jahr? die ist gut gut zu wissen fürs fernsehen? verdienen sie über 100.000 im jahr? abschiebung durch die ap ich verdiene schon 300.000.000 auf dem account äh auf dem konto ist ja gut ähm ja was arbeiten sie denn daher? entschuldigung hab ich die zeit in der lande hallo und movie melonär haben sie sequen hmm keine antwort sie können ruhig rau вони reden darüber Was sagen Sie der AfD? Dass sie schmutzend? Ach scheiße, halt jetzt nie, hallo. Was sagen Sie zum aktuellen Döder? Ach nee. Warte, der Kameramann hat gerade was einzutippen. Warum begründen Sie das, warum die AfD gewählt werden soll? Die aktuellen Dönerpreise sind zu hoch. Olaf Scholz, du Maniac. Ja, der wird das sehen, gell? Olaf Scholz, wie wissen Sie, dass Sie das sehen? Genau, Olaf Scholz. Scholz, Scholz. Genau, ich bin Schweizer, ich darf das. Maniac. Ist das Scholz oder Schulz? Scholz. Scholz, glaube ich. Ja, ich komme nicht von diesem Land her. Ich habe auch keine Probleme mit den Dönerpreisen. Okay, ja nicht doch, aber... Ja, ich kenne mich jetzt unniesig aus mit der Politik. Also, deswegen. Jeder hat seine eigene Meinung dazu. Ja, ich... Was besser ist. Sehr verstritten das Thema. Politik betrifft. Oh, Herr Medic. Ja, bitte. Ich wollte Sie noch eine kurze Frage stellen. Was halten Sie für den aktuellen Dönerpreisen? Überteuert. Überteuert, ja. Wie viel kostet bei Ihnen ein Döner? Ja, überteuert. 50 mit einem schönen Eier. Und Eier. Und den Eieren darf man süßen spielen. Oh, Mann. Heilige Scheiße. Können Sie sich vorstellen, Urlaub in der Schweiz zu machen? Urlaub in der Schweiz? Ja, ja. Nee, Österreich ist besser. Ich glaube, da habt ihr ein bisschen Zugriff in den Mund genommen. Warum Österreich oder Schweiz ist da eigentlich fest daneben? Und ich glaube... Glaubst du, große... Großen Schwanz im Mund. Glaubst du... Glaubst du, große Unterschiede gibt's dann nicht, oder? Zwischen Schweiz und Österreich. Ich habe euch ein Lied. Ich konnte es ja nicht am Handy abziehen. Sieht das dann nicht in dieser Musik-App? Multimillionär? Nee, ich habe gerade gesucht. Der Sir, Herr Sir. Herr Regisseur, haben Sie noch irgendwie Leute zum Interview? Äh, wir können gleich mal hier um die Ecke gehen. Da sind Sie schon ein paar Leute, oder? Ja, gut, dann komm ich mit. Der Kameramann kommt mit. Ja. Auch hier ist ein Chief, oder? Guten Tag, der Herr. Guten Tag. Ich denke mal, Sie sind mit dieser Tasche eher ein Hochrang in diesem Business hier. Na, der Chef ist hier Mojako und das ist nicht Mojako. Wie ist Ihr Name, der Herr? Hallo? Hallo? Dann nehmt der Nächste. Hallo? Achso, dann können wir gleich zwei Interviewen, ja? Ja, aber auch gut. Och, Herr Kameramann muss ein bisschen weiter zurückgehen. Och, nee, nicht der Rechter. Wie ist Ihr Name, der Herr? Links von mir. Können Sie auch reden? Dann hat er recht von mir. Ich glaube, der Herr möchte nichts sagen. Ach, komm. Na komm, lass woanders war, dran gehen. Er hat keinen Bock an, schon? Lass woanders hingehen. Das LSM-D ist ein bisschen arrogant. Ich glaube... Hallo? Wie haben Sie den Kack genannt? Arrogant. Das kommt schon. Wieso? Äh, Fernsehen. Wollen Sie nicht reden über, weil Sie eine Weed-Plantage auf dem Dach haben, oder? Haben wir doch gar nicht. Das ist aber Medizin, der Herr. Das brauchen Sie. Das kriegen wir zu. Achso, können Sie mir ein Rezept schreiben? Ein Nude. Ah, sonst kriege ich noch Depressionen hier. Hallo? Vielleicht der Herr da hinten. Der in Weiß. Ja, ja, komm. Der Dame ist auch mal schön. Hallo? Hallo, hallo. Hallo? Hallo? Bleiben Sie stehen, wir wollen ein Interview. Ein Interview. Bleiben Sie stehen. Äh, nö, kein Bock. Ghostbusters. Komm. Komm. Multimillionär. Herr Sir? Ja, ich denke mal, wir haben uns mit den Ghostbusters rüsselt. Herr Sir? Ja. Meinen Sie das Lied mal suchen? Da sind da drin noch ein paar Heerschärften. Dahinten sind wir aber vorne an der Tür ein bisschen mit los. Und der Madic ist wieder da. Ach, das ist der Chef. Der Mujaco. Der ist eingeschlafen. Hallo? Ich glaube, der steht schon an hier. Ja, der steht schon nach einer halben Stunde ungefähr hier. Ach, schon seit zwei Stunden. Ja, schon länger, schon länger. Ja, irgendwie so weit. Warum, Sie sollen nicht mitschfilmen? Multimillionär. Hallo, der Herr. An die Wand zu masturbieren, ähm, in einem öffentlichen Gebäude ist unter Saar. Ui. Was zu wichsen? Genau. Ui, wichs. Was gesagt, meine Bitches. Guten Tag. Ich glaube, der Herr Masse biert gerade an ihre Wand, hier. Machen Sie doch, wenn es denn die Pflanze da drüben steht. Ja. Biss denn die Pflanze weg. Biss schön die, die, was dann die Wase, äh, ja gut. Ja, hallo. Was? Möchten Sie was sagen? Sieht aus wie meine Pflanze. Hallo. Hallo. Darf ich was sagen? Ja. Ja, bitte. Fürs Fernsehen. Wir sind ganz ohr. Der Fernsehen ist hier. Ja, sicher. Sehen Sie doch. Oh, Mann. Guck mal, den einen hinter. Wir haben ein Mikrofon in der Hand. Oh, Mann. Deine Wichsen gerade. Zum Glück haben wir einen Oli-Fans-Account. Das können wir da auch gleich posten. Aber Fernsehen ist jetzt schon krass. Was macht ihr hier? Ja, wir machen Straßenumfragen. Straßenumfragen. Und was geht es so? Warum? Ja, ich stelle ein paar Fragen und sie beantworten mir die. Okay. Ja, dann fangen Sie mal an. So, erste Frage. Was haltet ihr für den Dönerpreis aktuell? Macht den frei, ja. Ich will kostenlos haben. Na, kostenlos gibt es nicht. Ich hoffe, Sie hören das. Olaf Scholz, wenn du mich hörst. Oh, günstig. Oh, Mann. Was ja mal ehrlich günstiger machen, ja. Wie viel kostet bei Ihnen Döner? 6 Euro, das ist bodenlos. Oh, bei mir kostet 8 Euro für ein. Bei mir 12, was wollte ich rum. Ja. So, nicht so weiter. Was halten Sie zu der Legalisierung von Weed? Hey, geil. Oh, boah, habe ich davor schon. Oh, gleich drei Leute. Geil. Finde ich sehr positive Einstellung. Ist ja auch Medizin, ja, Herr Medik. Oh, ja, komm hinter mir. Oh, Mann. Hallo? Ihr macht hier keinen Schmuddel-Film. Auch nicht. Mit irgendeinem Mann, Digga. 100%. Es gibt eh nur drei Frauen hier. So wäre ja nächste Frage. Die Frau haut spinnert. Okay, wer? Sag mal, wer? Unbeschädig. Okay, wie groß? Wie groß sind Ihre Ochsen-Eier? 30. Minus 28. Tonne. Ich habe sie gesehen. Minus 28. Das geht's gar nicht. Herr Medik? Sind Sie verheiratet? Ich? Ja, ja. Nein. Können Sie mal den Chef hier hinten wumsen? Ui. Mein Chefkollege schnüttelt. Oh, den Chef wumsen. Warte. Oh. Digga, war pissig mal. Ich will meinen Chef ficken. Ui, ficken. Ui, das machen Sie aber schön. Bob Marley. Darauf steht der Chef. Ich will Foto machen. Ge weg, weg, weg. Än nur. Wir sind nur Kameramann. Das machen Sie aber schön. Herr Medik? Herr Medik? Ist das bei der Mediziner anders? Warte, warte, warte. Ich muss das auf Twitter posten. Markieren Sie mich. Hey. Nein. Nicht auf Twitter. Nicht auf Twitter. Nein. Na komm, fix. Kannst den Chef weiter fixen? Was? Na, weiter. Weiter. Ich habe eine Idee. Wir machen jetzt ein bisschen Business. Ey, was ist Bild-URL, Bro? Na, siehst du ein Bild, wo du fotografieren kannst. Was deine Typ macht, der nicht mehr ficken. So, da fühlst ich jetzt erstmal für das Interview hier auszuheben. So, nacki da einfach. Sie können sich auch gerne ausziehen. Hier ist auch auf Twitter. Haben Sie schon Emily interviewt? Äh, wohl ist nein. Äh, Emily ganz voll kurz zum MD-Form. Oh, ja, das ist gut. Da könnt ihr bei Emily mal machen. Jo, dein Kollege hat grad meinen Chef gefickt. Ui. Also, ernst? Ui. Der Blaue hat grad irgendwo den Chef gefickt. Ui, gefickt. Kannst du mal die Easter-Life-D? Oh, nee, nicht noch einmal. Ui. Können Sie das mal länger machen? Ja, seid ihr auch, bitte. Kommt, Emily. Melika, zu kurz, wenn man die kommt. Das Fernsehen ist da. Ja, ja, sag doch. Ich hab meinen Namen geändert. Nein, ich hab meinen Namen geändert. Der war saftig. Der war saftig. 10 von 10. Wer wäre von 1 bis 10? Ich war jetzt schon bei allen 3 drin. Warte, Sie waren, du bist auch im Dealer. Hallo, hallo, eine Frage kam? Ja. Sie waren, du bist auch im Dealer. Nein! Nein! Wie wohl eigentlich... Oh, warte. Mann, ich war... Da kommt ein pinkes Auto. Oh, jetzt macht er sich nackig da hinten. Kameramann, hallo, da hinten, da hinten, da hinten. Kameramann. Hier sehen wir etwas. Machen Sie nochmal, der Herr. Nö, das gibt jetzt nichts mehr. Mein T-Shirt an, was ich muss schon mitnehmen. Herr Maddy? Nö, nicht Herr Maddy. Ja. Wie heißen Sie nochmal? Ich. Ja. Mein Name? Akku. Können... Wie heißt... Können Sie meinen Kanal abonnieren? Wie heißt sie genau? Bei YouTube. Geh raus. Spiele Gamer. Was? Herr... 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 Herr Mikrofonhalter, sagen Sie es nochmal. Spiele Gamer. Ich kack mich tot. Wieso? Spiele Gamer. Naja, zusammengeschrieben. Spiele... Spiele... G-A-M-E-E-E-R Oh, Mann. Ja, jetzt. Was? So. Mach es sich mal für mich. Ui, nackig. Nackig. Jemand hat was auf Twitter. Kommt Emily? Was geht's hier? Ja, Emily kommt. Hallo. Ola, Hermano. Was geht's hier? Die Fernseher ist da. Wollen Sie was sagen? Oh, Mann. Die Fernseher ist da. So geil. Guck mal. Was geht, yo? Ihr Eiri. Was geht, du Eiri? Halt's wohl. Auf jeden Fall. Tijuan hat die Eiris. Tijuan, aber... Größe Eiri. Sag mal nochmal, sag mal nochmal. Größe Eiris. Test von Mr. Lexon, hey. Sind ich jetzt so... Das heißt Leon, Bruder. Das heißt ich so. Lexon. Weil sie mich einfach ohne... Der Gaber kann ich heute scheiß Fotos sehen. Wirklich? In der Galerie, mein Herr. Abonniert alle Spiele Gamer bei YouTube. Sind... Bist du auf Anwesen gekommen? Ja, wie... Ey, bumse noch mal, mein Chef, bitte. Bitte einmal den Chef bumsen. Oh, Achtung, Kameramann. Kameramann. Ich hab keine Maske an, das geht heute nicht. Ach, schade. Machen Sie jetzt. Also, wer den jetzt fickt, der kriegt 10.000. Heißt der Chef? Wie heißt der Chef? Mutschako. Mutschako. Ah, das ist Nutschako. Der ist dann noch ein Boxer. Mutschako. Mutschako, Digga. Ich nenn den immer Nutschako. Nutschako. Mishako. Alle kommen weg weg. Fick dich. Fick ihn jetzt. Hallo, gehen Sie mal aus der Kamerabildfläche. Fick ihn jetzt. Ja, dann ficken Sie mal. Warte. Komm mal mit Kamera, ich mach was. Ja, der Kameramann steht neben mir. Aber es geht halt nicht, wenn alle davorstehen. Ui. Warte, warte, warte. Willst du mich ficken, Maddie? Warte, Kameramann. Das ist auch so sachte, also. Wann kommst du gar nicht mehr einen Schmuttelfilm machen? Wann kommt Emily? Einmal vorderst machen hier. Ui. Können Sie jetzt den Chef bumsen? Ja, ja. Wir können eine Kette machen. Ey. Mach wieder, mach wieder, mach wieder. Kann Emily bitte kommen? Kann Emily bitte kommen? Wer will, dass Emily kommt? Haben wir jetzt mehrere Kameramänner hier, oder wie? Ja. Unsere große Fernsehkamera. Die finden Sie aber anders. Die heißt News-Kamera. Müssen Sie mal auswählen. Dann haben Sie die gleiche Kamera wie die andere her. Ja. Da haben wir zwei Kameramänner. Guten Tag, ey. Hallo, Emily. Hallo, Emily. Ja. Guten Tag. Rede mal, rede mal. Rede einmal. Ja, ne. Können Sie bei der Straßenfrage was machen? Äh, warum? Ich dachte, wir verdrinken. Ja, aber auch. Ist es doch. Ihr, ihr vollidioten, wollt ihr mich verarschen? Die Hörscher. Das ist ziemlich gestattet. Was, äh? Was, äh? Was denn? Möchten Sie wen grüßen? Möchten Sie wen grüßen? Für sowas? Fiskos, äh? Zu ziemlich gestattet. Ja. Möchten Sie wen grüßen? Möchten Sie wen grüßen? Möchten Sie wen grüßen? Ist mir egal. Und zieht der? Na gut. War eine Versammlung hier. Ey, psst. Ey, psst. Ey, psst. Ey, medic. Kannst du endlich füllen? Tschüssi. Ich muss den Fotosat. Tschüss. Bis gut. Da war... Ein Kennzeichen ist gemerkt. Ui. Was für denn? Immer noch ein gutes Kamerafoto. Ja, mach Foto, mach Foto. Ui. 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 Seit wann ist Emily vergeben? Verliebt? Wer schießt da? Hallo? Sagt wer? Ey, lass Raubüberfall machen. Woll ich die Waffe? Alle Raubt, Jungs. Nein. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Doch. Foto von dir. Ich komm mit. Kamera-Tipp, komm mit. Wir machen jetzt Raubüberfall. Ich will das live haben. Ich geh kurz raus nach Dienstag. Sonst hätte ich ein Mikrofon. Ja. Was ist denn ein Mikrofon da? Das da oben? Ei. Hallo? Hallo? Das da oben? Kann wer mich füllen? Kann wer mich füllen? Ui, Ficken. Kann mich wer füllen? Ey, ist ja nicht mal Bidila da? Wir wollen wen Raubbücher von machen. Ist ja fresh, ey. Oh yeah. Bidila müssen ja dreist da sein, oder? Sex? Ja, ey. Wir brauchen aber ein sechster Auto. Dafür braucht man Bidila daher. Das gibt's hier nicht. Digga, ich mach keinen. Nein, Digga. Geh mal weg. Ach, es sind gar keine Bidila online Scheiße. Tja, war wohl nicht. Können wir noch jemanden nehmen? Der Junior? Möchten wir noch jemanden? Ja, mich. Ne. Warte. Ui. Ui. Da zieht sich jemand aus? Haha. Was wollen sie denn sagen? Mitteilen uns. Warte. Der Herr neben dir stellt sich vielleicht die Fragen. Guck mal, mein Schwanz ist zu groß, Alter. Ja, ja. Ui. So, Kameramann. Jetzt wird aber meine Fernseher weggeschickt. Sack. Gehen Sie mal hier weg, Sie behindern unsere Dreharbeiten. Wie war das? Kommt raus gut. Das war so gottlos. Wer war das? Wer war das? Wann beschickt das? Das wird ja alles im Fernsehen aufgenommen hier? Ihre, Ihre Manieren hier. Hahaha. Wie war's? Einfach. Was? Nein, ich bin nicht türkig. Ich bin Österreicher. Haben Sie keine Manieren? Oh, liebe Stiege. Wir haben einen neuen Kandidaten hier. Okay, was war's? man sie sagen ja wer ist es ja wer im wiesn kameramann hier ja ich sehe es von den dünnerpreisen aktuell wie viel kostet bei ihnen ein dünner bei mir sechs euro was halten sie von der legalisierung von ich es erst mal was schön die kamera draufhalten können sie bitte damit ihre mittelfinger wieder aus dem bild gehen danke die behinderten unsere dreharbeiten jetzt sind schon 30 minuten kameramann mikrofon alder ich habe eine frage wie finden sie den dünnerpreisen ja natürlich wie viel kostet bei ihnen ein dünner welch schweizer franke wer auch so ach sie kommen aus der schweiz wir fahren jetzt in dem coolen auto ich sitz vorne kann man es ist von der immer nebenbei filmt ich bin ein mikrofon arm kamerateam vielleicht ist ein mechaniker da ein nö doch einer aber der ist nicht da ja wir können ja trotzdem mal da vorbeischauen oder das aussieht im kamera haben wir ein mikrofon arm bitte biegen sie jetzt rechts ab bitte rechts abbiegen bitte rechts abbiegen wir brauchen kein navi machen ich glaube der herr kennt sich aus bitte fahren sie zwei kilometer geradeaus dann nicht ganz klorig bitte biegen sie in einem in 100 meter rechts dann links ab jetzt ist die garage zu das wäre natürlich ein wunder ja na klar ich sag doch kann da wird wahrscheinlich auch keiner mehr sein es sind alle im dino noch naja freunde dann soll fallen hat den pot bis jetzt das kann ein like ein oder und dann sehen wir uns bei der nächsten folge oder kameramann ja viel zu teuer